Wie funktioniert der Zoll? Der Zoll unterscheidet Zollgut und Freigut. Wenn Güter auf einem Schiff in den Hafen von Rotterdam einfahren, werden sie gemäß dem Zollgesetz plötzlich Zollgüter. Der Zoll kontrolliert diese Güter, bis diese eine neue Bestimmung erhalten haben. Die Güter können beispielsweise zur Einfuhr in die Niederlande angegeben werden. Alle Steuern wie Einfuhrzölle, Umsatzsteuer und Verbrauchsteuern müssen dann bezahlt werden. Nach der Verzollung sind sie dann Freigut, worum sich der Zoll nicht mehr kümmert. Die Güter, die über eine Außengrenze wie Rotterdam ins Land kommen, können auch als Zollgut in das europäische Binnenland durchgeführt werden. Ein Zollspediteur erstellt dann eine Transiterklärung, die dem Zoll Sicherheit darüber gibt, dass alle Steuern bezahlt werden. Die Güter gehen mit der Transiterklärung nach Deutschland und werden dort verzollt. Die Steuern werden in Deutschland bezahlt. Nach der Verzollung sind dies freie Güter. Die Güter, die über eine Außengrenze ins Land kommen, deren definitive Bestimmung jedoch noch nicht bekannt ist, können auch mit einer Transiterklärung zu einem Zolllager gebracht werden. Dort werden sie dann als Zollgüter gelagert. Sie bleiben unter Aufsicht des Zolls. Lagerung in einem Zolllager kann praktisch sein, wenn die Güter die EU wieder verlassen sollen oder wenn die Bezahlung der Einfuhrzölle aufgeschoben werden muss. Lagerung in einem Zollern Vielen Dank.